Liebe Läuferinnen und Läufer, Angehörige der Bundeswehr, der Reserve oder einfach hier, die ihr dieses Video seht, befinde mich an einem schönen Sonntag in meiner Heimat unterwegs in den Bergen und denke im Moment an die letzte Woche in den österreichischen Alpen verstorbenen Hauptfeldübel des Kommandos Spezialkräfte und möchte hier in dieser wunderbaren Landschaft die Gelegenheit nutzen, für seine Angehörigen aufzurufen, zu spenden. Einer von uns lautet die Spendenaktion. Auch geringe Beiträge helfen. Helft, wenn es euch möglich ist. Vielen Dank.